Ich bin noch immer viel mit dem Ski unterwegs und versuche weitere Verletzungen so gut wie möglich zu vermeiden. Die häufigsten Verletzungen sind eben die Knieverletzungen. Die herkömmlichen Bindungen schützen zwar recht gut vor Knochenbrüchen, jedoch verhindern sie kaum Knieverletzungen. Die Firmen HED und Tirolia haben dafür eine neue Bindungstechnologie entwickelt, die wir euch jetzt vorstellen werden. Vielen Dank.